Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy und in diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du dein Administrator-Passwort des Install-Tools zurücksetzen kannst. Nehmen wir an, du bist jetzt auf contao-install.php und du weißt dieses Passwort nicht mehr. Dann gibt es einen ganz einfachen Trick und zwar wechselst du jetzt mit einem FTP-Programm oder mit einem Editor in die Konfigurationsdateien von Contao. Ich habe jetzt den Coder und wir öffnen die Datei System-Config-Local-Config.php und wir suchen die Zeile Install-Passwort. Diese Zeile nehmen wir jetzt und löschen diese komplett aus der PHP-Datei. Außerdem müssen wir prüfen, dass in der Regel ganz unten der Eintrag Install-Count auf 0 steht. Wenn ich jetzt diese Änderung gemacht habe, dann speichere ich diese Datei und wechsle zurück ins Frontend. Wenn ich jetzt eben die Seite neu lade, dann stell dir fest, dass eben kein Passwort mehr vergeben ist, bringt mir jetzt die ganz normale Abfrage, dass ich ein neues Passwort vergeben kann und genau das kann ich eben jetzt tun. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der Contao-Academy. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu Contao findest du auch auf unserer offiziellen Website contao-academy.de